Heute bei Nachgefragt abgehakt mit der Frage Vorwärts-Abwärtsreiten. Warum ist das so wichtig fürs Pferd? Erst einmal ist wichtig zu wissen, dass Pferde, die in ihrer Grundausbildung nicht ausreichend vorwärts-abwärts trainiert wurden, wirklich schwere körperliche Schäden davon bekommen können, wie zum Beispiel Kissing Spine. Ja, auch Vorwärts-Abwärtsreiten ist immer ein sehr umstrittenes und heißes Thema. Die einen sagen, Genick soll der höchste Punkt sein, die anderen sagen, das Pferd soll mit der Nase auf der Erde schluren. Und keiner weiß wirklich so richtig, ist es nun der Rückenmuskel, der das Pferd gesund erhält? Sind es starke Bauchmuskeln und was mache ich überhaupt, damit mein Pferd mich einigermaßen gesund durch die Gegend tragen kann? Ja, ich persönlich finde Vorwärts-Abwärtsreiten sehr wichtig und ich lasse es auf jeden Fall nicht zu kurz kommen, da gerade in der Grundausbildung es ganz wichtig ist, damit überhaupt erst mal die Muskulatur gestärkt wird, die unser Pferd braucht, um uns überhaupt auf seinem Rücken einigermaßen gesund tragen zu können. Denn wenn man sich mal das ganze Pferdekonstrukt, die Anatomie, das heißt die knöchernden Strukturen anguckt, dann haben wir einen Kopf mit einem langen Hals, zwei Stützpfeiler, nämlich die Vorderbeine, ein langes Stück Brustkorb mit Rippen und Wirbelsäule, wo überhaupt gar keine Stütze drunter gebaut ist und dann kommt erst wieder die Hinterhand mit ihren zwei Hinterbeinen. Ja, und auf welchem Stück sitzen wir jetzt? Wir sitzen genau auf dem Stück, wo keine Struktur, keine Stütze da ist. Und da ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass man halt einfach eine passive Brücke baut, also quasi über Muskelspannung oder über Banddehnung, die halt einfach verschiedene Knochen in Position bringen, so dass wir eine Brückenbildung haben, auf der wir einigermaßen gut sitzen können. Ja, wichtig zu wissen ist wahrscheinlich erst mal, dass der Brustkorb überhaupt gar keine knöchernde Fixierung an den Vorderbeinen hat. Das heißt, der gesamte Rumpf und auch die gesamte Halspartie ist überhaupt nicht mit Knochen an den Schulterblättern oder an den Vorderbeinen fixiert. Dieses passiert wirklich nur über einen Bandapparat und Muskelstruktur einfach, die diesen Rumpf zwischen den beiden Schulterblättern hält. Und wenn man sich das Ganze mal überlegt, kann man sich das ganz gut vorstellen, wenn wir auf alle Viere gehen und wir stützen uns nicht aus unseren Schulterblättern raus, machen unseren Rücken ein bisschen rund, denn hängen wir wirklich in unseren Schulterblättern drinne. Im Stehen würde das ungefähr so aussehen, dass man wirklich seinen Hals und seine ganze Wirbelsäule in die Schulterblätter reinhängt. Und wenn man sich da dann natürlich noch draufsetzt, wird das Ganze ein bisschen schwierig. Ja, und von daher ist es für mich immer sehr wichtig, dass ich halt einfach schaue, wie trainiere ich die Muskulatur, dass wirklich der Widerriss und die Wirbelsäule rausgedrückt wird zwischen den Schulterblättern quasi hervor nach oben. Und das erreiche ich weitgehend über eine Vorwärts-Abwärts-Stellung, eine Vorwärts-Abwärts-Dehnung, so dass das lange Nackenband, was ja dann später in ein großflächiges Band über den ganzen Dornfortsätzen weiterläuft, bis hin zum Schweif, wenn ich da Dehnung draufbringe durch das Absenken des Halses, dann richten sich schon mal ein Teil der Dornfortsätze in der Brustwirbelsäule ein bisschen auf. Um das Ganze natürlich noch ein bisschen effektiver zu machen, wäre es jetzt auch noch sinnvoll, dass man dafür sorgt, dass das Pferd denn schön mit der Hinterhand aktiv untertritt, so dass wir den hinteren Bogen durch vermehrtes Untertreten einfach noch als Konterzug dagegen setzen. Häufig sieht man es ja, dass die Pferde zwar schön vorwärts-abwärts laufen, aber die Hinterbeine irgendwo einen Kilometer weiter hinterher schluren im Sand. Und das ist dann natürlich nicht das richtige Vorwärts-Abwärts-Reiten, was der Gesunderhaltung dient. Ja, es gibt ja schöne Anmerkungen und auch von der FN vorgeschriebene Position für einen richtigen Mittelschritt, für ein richtiges Vorwärts-Abwärts-Reiten, das heißt Maul in Höhe von Buggelenk. Mich persönlich konnte auch da einfach Veränderungen feststellen. Immer je nach Rückenform habe ich zum Beispiel ein Pferd, was schon eine Senk-Rücken-Tendenz hat, reicht diese Position meistens gar nicht aus, um diesen Rücken anzuheben. Das heißt, da gucke ich mir dann wirklich das Seitenbild an, an der Longe, in der Schiefe oder halt auch am Kappzaum und schaue, wie tief muss ich denn überhaupt die Einstellung machen, wie weit muss ich die Hinterhand aktivieren, damit ein Anheben des mittleren Stücks, also der Brustwirbelsäule, da wo unser Sattel liegt, dass das ein bisschen hochkommt. Ja, ich persönlich finde, dass ein gesundes Pferd oder ein Pferd, was uns gesund tragen soll, einfach bestimmte Muskulatur gekräftigt haben muss über das Vorwärts-Abwärts-Reiten. Ich baue ganz gerne immer noch Seitengänge mit ein, einfach für die schräge Bauchmuskulatur, dass dann halt später auch wirklich in dieser getragenen Position der Bauch auch in der Längsbiegung oben gehalten werden kann und dass eine aktive Hinterhand einfach möglich ist und der Rückenmuskel nicht verspannt, weil ein harter Rückenmuskel des Pferdes lässt natürlich uns als Reiter gar nicht bequem sitzen, sondern man hat eher das Gefühl, dass man rausgeworfen wird, dass man auf so einem Besenstiel sitzt und das Ganze fühlt sich gar nicht ganz so toll an, weder für mich als Reiter und ich glaube auch nicht fürs Pferd. Ja, und was ich immer wieder erschreckend finde, ist, dass wirklich drei- und vierjährige Pferde schon unter Kissingsbeins teilweise leiden und ich frage mich einfach, woran kann das liegen? Kann das vielleicht daran liegen, dass heutzutage dieses Vorwärts-Abwärts-Reiten vielleicht gar nicht mehr ausreichend gemacht wird? Und wenn ich so zum Turnier gehe und mir so die E-Dressuren und A-Dressuren angucke, da war es zu meiner Zeit früher so, dass wirklich das Vorwärts-Abwärts-Reiten dort abgefragt wurde. Es heißt ja, E steht für Einsteiger, A steht für Anfänger. Wenn ich jetzt mal zum Turnier gucke, dann ist das wirklich in diesen Klassen schon Genick höchster Punkt und da frage ich mich, wie soll denn ein Einsteiger oder ein Anfänger diese Position gesund reiten können? Schaue ich mal in einen anderen Bereich rein, wie zum Beispiel die Auktion, wo ich dann drei- oder vierjährige Pferde sehe, die schon ein ganz hohes Maß an Versammlungen zeigen, also wirklich schon passageartige Trabbewegungen bei hochgestelltem Genick. Da stelle ich mir halt einfach die Frage, wann wurde da das Vorwärts-Abwärts-Reiten gemacht, damit halt einfach genau solche Begleiterscheinungen nicht entstehen können. Wann wurde mit diesen Pferden angefangen? Wie wurde die Muskulatur aufgebaut? Das ist denn für mich doch sehr fragwürdig. Aber nicht nur im Leistungssport, im Turniersport oder auf den Auktionen findet sowas statt. Nein, auch der Freizeitreiter, der zum Beispiel am langen Zügel durchs Gelände geht. Woher soll denn das Pferd wissen, dass es seinen Kopf in eine Dehnungsposition bringen soll? Woher soll das Pferd wissen, dass es aktiv unterfußen muss, damit es keinen Rückenschaden kriegt durch den Reiter oben drauf? Das kann das Pferd gar nicht. Das heißt also, wir stehen in der Verantwortung. Wir als Reiter, Pferdebesitzer, stehen in der Verantwortung, einfach das Ganze so zu gestalten, dass die Wirbelsäule oder auch die ganzen anderen Gelenke einfach keinen Schaden dadurch tragen, dass wir das Pferd als Reitpferd nutzen. Ja, ich habe und sitze ja immer auf sehr vielen verschiedenen Pferden. Und ich konnte feststellen, dass Pferde, die sehr triebig sind, die sehr schenkelstumpf sind, die zünden häufig nicht so gut an die Hand. Die tun sich sehr schwer mit den Vorwärts-Abwärts-Kauen, weil die eher so ein bisschen wie mit angezogener Handbremse laufen oder doch sehr zäh sind in ihrem Bewegungsablauf. Das kann natürlich sehr viele Ursachen haben. Wichtig für mich ist es immer, dass ich das hier behebe. Das heißt, ich aktiviere erst mal den Motor. Und das kann ich einfach nur jedem empfehlen, der so ein Pferd hat, den Motor aktivieren. Also erst mal den Vorwärtsdrang bestärken. Und dann darauf warten, dass das Pferd wirklich runter an die Hand kaut. Und wenn man das hat, dann hat man eigentlich ein schönes Vorwärts-Abwärts ans Gebiss treten. Und aus dieser Position kann man dann ganz viele verschiedene Tempi-Wechsel aufbauen. Und indem ich die Seitengänge mit einbaue, zum Beispiel Travea, Hinterhand auf den zweiten Hufschlag, Schenkelweichen in beide Richtungen oder auch mal kurz Kehrtwendung. Das ist nicht nur für Dressurreiter gedacht, sondern das ist Gymnastizierung für das Pferd. Kräftigung der Hinterhand, das Wechselspiel zwischen vorne und hinten, damit der Rücken loskommt und sich wirklich freitragen kann und sich nicht verspannt. Also wenn ich das nochmal zusammenfasse, einfach für mich selber, ist das Wichtigste in der Jungpferdeausbildung erst mal das Vorwärts-Abwärtsreiten. Die Kräftigung vom Schulter-Trageapparat, so nennt man dieses Band-Sehen- und Muskelkonstrukt, was den Rumpf wirklich zwischen den Beinen, Schulterblättern festhält und beweglich macht. Und das muss man erst mal ordentlich stark machen, ordentlich trainieren, um dann ein gesundes Fundament zu haben, worauf man aufbauen kann. Ganz egal, in welche Disziplin man geht, ob das das Westernreiten ist, das Springreiten, das Dressurreiten, Freizeitreiten, was auch immer. In allen Dingen, wo man sich wirklich auf den Pferderücken setzt, sollte es für mich eigentlich das Wichtigste sein, dass man erst mal diese Muskulatur richtig auftrainiert und erst dann weitermacht. Ja, zu dem Vorwärts-Abwärtsreiten gehört natürlich auch noch einiges mehr, weil das Vorwärts-Abwärtsreiten kann natürlich durch verschiedene Faktoren auch stark eingeschränkt werden. Zum Beispiel durch Wolfszähne, durch einen Zahnbefund, durch einen unpassenden Sattel, der seine Hauptbelastung hinten in der Wirbelsäule hat. und permanent den Rücken des Pferdes gedacht in ein Senkrücken, in ein Hohlkreuz drückt. Da kann das Pferd gar nicht mehr so gut den Rücken aufwöhnen. Da kommt schon viel zu viel Belastung und Schmerz an. Und es gibt unzählige Sachen mehr, die dazu führen können, dass ein Pferd vielleicht gar nicht vorwärts-abwärts kauen kann, obwohl sie ihr Bestes geben dazu. Und von daher ist es so wichtig, dass man wirklich eine gesunde Basis hat, ein gesundes Gebiss hat, das auch jährlich kontrollieren lässt, einen passenden Sattel hat und vielleicht auch die Trainingsmethoden überdenken. Und gucken, was muss ich machen, damit mein Pferd sich denn überhaupt in die Tiefe absenkt. Es ist bei jedem Pferd anders. Ich glaube, ich habe noch kein Pferd gehabt, wo ich nach Schema F arbeiten konnte. Alles, was man liest in den Büchern, das ist eine Theorie. Und diese Theorie, die passt manchmal nicht auf Pferde, die vielleicht schon ganz andere Dinge erlebt haben, ganz andere Dinge gelernt haben. Denen muss man das neu beibringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass alle Komponenten zusammenpassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass alle Komponenten zusammenpassen. Vielen Dank.